hat ihr schon einmal Menschen gesehen? Sie sind genau, wie man es sich vorstellt. Übel riechend, widerlich, anstrengend. Manchmal möchten sie einen auch umbringen, aber sie sind voll festzudächtig. Also ich stinke nicht. Ich hab extra nochmal geprüft. Also dass du prüfen musst, ist schon bedenklich. Nein, wieso? Das hat mit nichts zu tun. Okay, was haben wir hier? Wir haben viele kleine... Was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke? Ich wollte da gerade draufdrücken, dann bin ich durch mein Portal gefallen. Ach, zum Blick habe ich einen coolen Nachbar. Der stört sich nicht dran, wenn ich mal laut lache. Vielleicht ist der taub. Nee, der ist jung. Achso. Was passiert, wenn ich hier draufdrücke, aber ich seh irgendwie nix. Ich auch nicht. Warte mal. Da unten kommt... Ah, okay, dort hinten befällt's. Ja. Warte, 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 warte. Da fällt dieser... Klotz raus. Nein, ich hab ne bessere Idee. Mach mal nochmal den... Warte. What the fuck war das jetzt? Fast. Da oben ist, glaube ich, ne... Warte mal, sieht man muss. Nee. Oder soll er da rauskommen? Probier mal da. Achso, Knopf drücken. Drück hier Knöpfe. Ja, ich drück. Nee, ich glaub, da ist irgendwo... ...so ne Wand drin, oder? Ach, du Scheiße. Guck mal hier rüber. Ich hab jetzt schon Bock da drauf. Nee, guck mal hier rüber, was da ist. An den zwei Türmen. Warte, was ist da? Siehst du die? Guck da mal hin, ich guck bei dir. Oh. Siehst du? So Schussanlagen. Ja, ja, zwei Wachtürme. Warte, ich mach jetzt einfach mal so just for fun. Alter, man kann damit... Ah, nee, man kann keine Endlosschleife machen. Schade. Aber es gefällt dir Endlosschleife, was? Ja, das ist voll cool. Okay, jetzt bin ich in einer Endlosschleife, die ich nicht... ...die ich nicht wollte, nein. Wenn ihr die Tests nicht bestellt, befreien wir die Menschen nie. War aber kein Shit. Als ob wir die befreien würden, ey. Schmeiß mal die Kiste runter. Wow. Die ist bei mir. Lebt die? Ja, die lebt. Kurioserweise. Und wieso ging's bei dir nicht? Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Warte, ich will mal dort hinten gucken, was da los ist. Hüpf auch mal, hüpf auch mal rüber. Nee, warte. Ich will erst mal sehen, wo ich lande. Was ist dort hinten auf diesem komischen Teil? Da landest du, genau auf dem. Du kannst ja auch mal dort rüber hüpfen und ich setze hier die Portale irgendwie. Na gut, dann geh ich rüber. Ich hüpf gerne. Ich glaub, du kommst jetzt in den Laser. Mhm. Mhm. Oder? Doch, doch. Ah, in die Nähe. Ah, du kannst die mit dem, mit dem Block, äh... Mit der Kiste, ja. Mit der Glasern. Alter. Ja. Hol dir die Kiste und dann kannst du die mal Glasern. Hol mich bitte zurück. Ja, du kannst die Portale, glaub, oder kannst du mich? Nein, ich nicht. Dankeschön. Ah, warte, ich setze mir meine Portale. Und geh durch. Ja, und nimmst die Kiste mit. Wer die Kiste nicht zerstört, guck mal. Hä? Die Kiste wird auch zerstört, oder? Ah, stimmt, ja. Ja, das stimmt. Okay, anders. Wir brauchen eine andere Idee. Ah, okay. Spring mal ohne Kiste durch. Oder, nee, das bringt's auch nicht. Ach, Mann. Ich glaube, ich weiß, wie. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Äh, spring mal einfach los. Ja, gut. Mach ich einen auf Yuri Gagarin. Ich probier dich nicht um. Ja, ich probier dich mal nicht umzubringen. Ja, es wäre schön. Yuri Gagarin wird auch nicht umgebracht. So, du bist schon drüben. Warte, wo bist denn du? Ach, okay, du fliegst. Ähm. Die Kiste kann ich dir nicht geben. Wenn ich auf den Knopf drücke, dann kommt aber eine neue. Ja. Warte, dann kann ich ja da drüben Portale machen für Kiste. Ja, das ist nur ein kleines anderes Problem. Die fällt zwar jetzt da rein, aber guck mal, wo die herkommt. Ich dachte halt, ich setze dort, wo dein Hellblaues ist, eins. Ja. Ein Portal. Aber dann fliegst du auch nicht mehr so hoch. Ja, probieren wir es mal aus. Ah, du hüpfst überhaupt nicht mehr jetzt. Warte mal. Ich glaube, ich weiß vielleicht wie. Warte, stirbt nochmal. Bin ich so wertlos oder was? Ja, es geht halt nicht anders. Obwohl, da anders geklappt. Natürlich. Äh, so. Ich glaube, ich muss halt besser teilen, weil der Weg, also diese Kiste, die fällt nicht so lang wie du. Wenn ich die dann einfach, ja, kurz vor dir starte und dann fällst du durchs Portal, dann kann ich es wieder zurücksetzen. Okay. Das heißt, du fällst ganz normal weiter und die Kiste fliegt dann mit dir mit. Lol. Ich lass das einfach an dir. Ja, probier es mal aus. Der muss ja in die Kiste greifen irgendwann, wenn ich sie sehe. Ich guck mal bei dir so mit, was du machst. Warte, ich fäll mal kurz. Na, warte, so. Na, das war... Hä? Die Kiste hat mich weggedrückt, glaube ich, und dann bin ich im Wasser gelandet. Oh, ey, mal laufe ich in die falsche Richtung. Ich versuch die dann zu fangen. Ja, ich hab die nicht mal gesehen. Du musst nach unten gucken. Du musst nach unten gucken. Die kommt, glaube ich, die müsste von unten kommen. Äh, so. Aber ich glaube, das müsste gehen. Ach, du bist schon gesprungen. Nicht schon lange. Na, sag das doch. Ich guck, wo bist du, wo bist du, wo ist der schon zurück? Hahaha. Hahaha. Oh, Mann. Das Problem... Ja, mit dem runtergucken, das ist so eine Sache. Ja, na, falscher Knopf. Oh, schlechtzeitig noch hingesetzt. Okay. Äh, Moment. Jawohl, du hast sie. Ja. Jetzt kannst du die Roboter da von der Plattform lasern. Okay. Ja, ich glaube, das waren alle. Nein, da ist noch einer, der rumballert, glaube ich, oder? Ne, wenn die liegen, dann schießen die nicht mehr. Dann sind die fertig. Müssen wir irgendwo den Laser hinbringen? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Moment, wo bist du gerade? Da, okay. Alter, was hast du mit mir gemacht? Du bist im Ziel, ne? Ich glaube schon, ja. Sieht mal so aus. So, jetzt muss ich... Äh, siehst du da oben dieses Teil? Yes. Du musst dort ein Portal setzen und dort, wo ich gleich reinfliege. Moment. Häffern. Ja, genau. Moment. Und los. Juhu. Noch zwei Tests, bis wir bei den Menschen sind. Ich bin da. Ich auch. Ich bin auch so aufgeregt. Mir fällt gerade auf, ich spiele recht viele Source-Spiele. Oder habe ich vor, Source-Spiele zu spielen. Hörst du mich? Ah, jetzt ist er schon wieder weg. Okay. Ja. Sepp, bist du da? Jetzt bist du da. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Was fällt dir auf? Ich habe gesagt, mir ist aufgefallen, ich spiele irgendwie viele Source-Spiele. Ja gut, die, ja. Ist halt so, ja. Ich habe, ähm, Half-Life ist ja auf Source-Basis gemacht. Ja gut, was heißt viele? Es gibt noch viel mehr. Ja, schon klar. Aber jetzt Half-Life. Dann habe ich ja vor, noch Blushiff zu spielen, Opposing Force. Dann spielen wir hier Portal 2. Dann haben wir hier Gary's Mod, der auch drauf basiert. Äh, ja. Ja, ich glaube, dann habe ich nichts mehr. Ah, ne, doch. Ich habe dieses... Was? Die ganzen Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress ist auch noch. Genau, Team Fortress habe ich auch noch. Habe ich auch noch nie gespielt, muss ich sagen. Ich habe dieses, äh, Free-to-Play-Counter-Strike mal ausprobiert. Alter, das ist voll komisch. Da läufst du als Zombie rum. Und dann... Ich habe so, keine Ahnung, was ich da machen muss. Ja. Voll crazy shit. Oh, da ist eine Kistenbox. Was bringt das denn nicht mich drauf? Ich habe keine Ahnung, ich mache Farbe. Ja. Ich springe Farbe in diese Laborlandschaft. Genau, machen wir mal alles so ein bisschen... Auch mal. Alter, hier ist ein Knopf. Für Kiste. Al... Ah, jo. Wie soll denn das gehen? Guck doch mal, wo die Kiste runterkommt. Guck mal bei mir. Wir sollen die wohl fangen, ne? Was ist jetzt passiert? Warten. Da sind die Teile oben. Ah, lol. Da heißt einer muss da hoch? Dann... Okay, warte mal, wie lange geht denn das? Ich glaube, die gehen auf Zeit. Ah, da oben etwas an. Okay. Wir müssen irgendwie mit Geschwindigkeit, glaube ich, in so eine Wand rein. Ja. Ich habe schon... Du kannst das hier als Anlauf nehmen. Meinst du, man kommt da rein? Oh, sorry. Oh, warum machst du das? Nee, das geht nicht. Ist zu hoch. Ich glaube, hier rein müsste man. Geht das? Also man kommt da rein, aber man verliert viel Geschwindigkeit. Ja. Vielleicht irgendwie anders. Warte, warte, warte. Ja, ich wollte gerade sagen. So, mach mal da das Rote noch. Ja, das geht zu weit. Nein. Ah, das ist noch zu wahr. Okay. Ja, siehst du. Hm. Ach, guck mal. Guck mal bei mir. Da ist ein Ding. Ah, ist da noch eine Wand, ja. Ich mache dir dann... Nein, ich mache dir die Portale. Kurz, warte, 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 warte. Nicht wegmachen, nicht wegmachen. So, jetzt ist alles tot. Okay, richtiges Splatoon-Style hier. So. Ich habe hier beide Dinge. Und ich laufe. Genau, und du läufst. Und... Du musst das hellblau setzen. Yes, aber warte. Vorher muss ich... Äh... Den Knopf drücken und danach das Portal... Boah, ey. ...versetzt. Ich bin da jetzt. Schnell drücken für die Kiste. Okay, du bist schul. Juhu. Äh, irgendwo bei dir ich... Komm zu mir. Ah, dort hinten war es. Okay. Ja, ich bin da. Falls ihr beunruhigt seid wegen der Menschen, nicht alle sind Monster. Die meisten sind gute Testsubjekte. Ich glaube, auf eine Million gute Testsubjekte kommt etwa... ...ein Monster. Okay. Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Oh, oh. Was? Oh, oh. Ich bleib mal hier. Und guck dir zu. Habe ich Caps? Wo kam die Farbe her? Verdammt, ich habe Caps gedrückt. Ich hasse Caps. Wo kam... Hast du den Knopf gedrückt für die Farbe? Nö, das musst du gewesen sein, oder? Nö, die kamen, glaube ich, automatisch von oben. Oder die haben was gedrückt, diese Roboter, die da kamen. Ich habe da noch Farbe aktiviert, da drüben. Ja, jetzt kann ich halt hier rüber. Mach mal da ein Portal. Ah, guck mal. Genau. Jetzt kommst du zurück. So, jetzt. Ich drucke. Schieß mal. Oh ja. Okay, warte, dann mache ich da noch ein Portal hin. Oh Mann. So. Ja, du musst dort hineinsetzen und dann hier, guck. Hier, äh, Moment. Hier. Äh, nee, nicht hier, sondern da an der Wand am Eingang. Okay, try it. Kann nicht drücken? Oh, komm. Nein, nur ich darf spritzen. Ja, so sieht es doch aus. Warte. Okay. Ach, guck mal. Und dann so ein Supersprung durch die Farbe quasi. Genau. Warte, ich probiere hier noch ein bisschen Farbe. Aber bleibt dann muss ich auch. Ich will auch. Wo ist die Farbe? Ah, Moment. Du hast die Dinge weggemacht. Ja, die Portale sind weg. Ich will auch. Oh. Du darfst nicht. Ich werde aber. Hey, locker. Das sieht nicht sehr gut aus hier. Wow, ich bin runtergefallen. Ich auch. Nur ich bin... Findet die Tür zur Kammer. Findet die Tür zur Kammer. Zu welcher Kammer? Des Schreckens. Die Kammer des Schreckens in deiner Hose. Ja, ja, da ist eine riesen Schlange drin, hast. Oh, Mann. Oh, Mann. Eher eine Liane im ganzen Urwald. Oh Mann, da kann man so viel Blödsinn über sowas erzählen, das ist Hammer. Okay, da gibt's nix. Oh, geh weg. Na gut. Ach, guck mal, da. Ups. Nicht dort, wo ich bin. Hört auf damit. Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen. Komm. Ach, man muss gar nicht springen. Nein, das sind Portale. Ne, man muss einfach nur laufen auf der... Auf der Bahn von vorhin. Okay. Ach, guck mal, ich seh hier was. Was siehst du? Wo bist du überhaupt? Ganz am Anfang. Hä? Gibt's hier irgendwas, wo man weit springen kann? Ja. So muss. Ja, gibt es. Wo? Guckst du, warte. Guck bei mir im Tab. Nein. Ja, das sind. Hä? Da. Ja. Warte mal, komm mal und setz mir mal so ein Portal an den Anfang, damit ich zu dir rüber kann. Dort, wo dein blaues Grad ist, setz mir dort hier. So, jetzt kann ich mitkommen. Da. Die ganze Zeit. Ja, ich konnte es halt von dort drüben nicht sehen. So, gehen wir mal hüpfen. So, warte. Ich will auch hüpfen. Ich gehe zuerst. Oh, ich bin da fast. Ich weiß, wo es ist. Bam. Autsch. So, ich habe geguckt, ob du stirbst. Ich lebe noch. Aber du nicht. Guck mal, das Schild wieder. Ja, das gleiche. Thank you for keeping our original Dings. Schade, dass da nicht so unterschiedliche Schilder sind. Ne, vor allem, es liegt auch noch in der gleichen Position wie das andere. Ne, ist echt so. Ah, okay, jetzt muss ich links und du rechts oder umgekehrt oder ist ja auch egal. Keine Ahnung, ich schlaufe mal hier lang. Ah, ich wollte gerade nach hinten. Okay. Ich glaube, das ist irgendwas, was mir relativ klappt. Kannst du bei dir irgendwas machen? Ach, bei dir ist das voll der Mechanismus. Bei mir ist das ein Scheißdreck. Bei mir ist nur eine Tür, die aufgehen soll. Okay. Komm mal rüber. Meinst du? Ja, keine Ahnung. Wenn du dort nicht weiterkommst, dann kannst du drüber. Oh, da ist die Schleimspur, wie geil. Ja. Hä? Ah, okay. Das ist so cool. Wo kann man hier im Kreis laufen? Hier, oder? Ne. Ach, Quatsch. Du musst einfach nur einmal beschleunigen. Moment. Na, okay. Das sieht ein bisschen aus wie Kotze. Ja, Quatsch. Findest du nicht? So ein bisschen wie Erbrochenes. Na ja. Wenn du da ein Portal setzt, dann kannst du unendlich beschleunigen. Ja, ja, das... Genau. Aber die Portale sollte ich vielleicht setzen, damit du hüpfen kannst. Ne, ne, du musst... Ah, oder ich renne. Du musst jetzt laufen, ja. Du musst laufen und ich setze dir dann so ein gelbes noch. Warte, ich muss erst mal hier. Na, es hat nicht gereicht. Forrest, lauf! Es hat nicht gereicht. Nochmal. Ah, warte mal, lass... Mach mal... Ja, genau. Ich will mal gucken, ob ich da was setzen kann. Jetzt habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob ich irgendwas setzen kann oder nicht. Mhm. Ja. Ach so, dann... Hä, was bei... Ah, okay, da kommt der Block. Ich glaube, da muss auch dieser Schleim hin. Warte, hier ist gelb. Hier setze ich rot hin. So. Ja, der kommt runter. Ja, genau. Genau. Äh, und jetzt? Gibt's was bei dir? Ja, Moment. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Kannst zu mir kommen, oder geht das nicht? Äh, ich kann grad nicht. Ach so. Du musst halt ein Portal nach unten setzen. Moment. Was war das jetzt? Ich bin mit Highspeed runtergefallen. So, was willst du hier? Na, da ist ein Pfeil. Ich dachte, vielleicht sagt er was. Aus. Da ist eine Wand. Und da hinten ist es. Da ist eine Wand und... Da hinten sind zwei Schalter. Da müssen wir rüber. Nicht mir hier drüben. Oh Gott. Was ist das hier? Ich guck's mal. Kannst du? Ja, was geht's? Passiert bei dir was? Ich bin grad hinter dir. Aha, du bist hinter mir. Warte, ich kann... Äh, diese... Diese Flächen da gehen hoch. Die erste Fläche ist noch nicht oben. Jetzt geht die zweite runter. Guck bei mir mit am besten. Ja, ich schau grad mit. Die zweite geht weg, oder wie? Momentan sind ja nur zwei. Die letzte ist oben. Mach mir mal, dass die erste hoch geht. Oder so. Die erste. Wow. Das ist jetzt die mittlere. So, die erste ist jetzt oben. Ah, jetzt kannst du weiterlaufen. Yes, jetzt kannst du mir die nächste machen. Und jetzt die dritte. Nein, die zwei... Und die zweite darf nicht weg. Nein, die mittlere musst du mir erstmal machen. Momentan ist zwei und drei unten. Ah, die zweite ist nicht da. Okay, jetzt die zwei. Ja, okay. Wupp, und jetzt die drei, bitte. Moment, äh. Nicht, äh, sterben. Ich hab, wir müssen die aber gleichzeitig drücken. Kann das sein? Oder ist das... Bleiben die eigentlich oben? Wow! Oh. Okay, sorry. Bitte langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten. Oh, nö. Wir wollen nur spielen. Ich glaub, das ist jetzt ein Problemchen, weil du kommst grad nicht hoch. Ja. Ich raise dich ja grad ein bisschen aus. Juuu. Ja, komm mal hoch. Moment. Moment, Moment. Na, was machst du da? What the fuck, Alter? Geil. Wo bist du denn? Hier unten. Warte mal, ich mach mal... Ah, du bist dort. Okay. Hast nur das geschafft. Du hast mich hier reingekatapultiert, irgendwie. Ich bin da so geflogen, auf einmal gelandet ich hier. Krass. So, ich geh hier raus. Du gehst rein, ich geh raus. Okay. So. Okay. Hoppla, hoppla. Jetzt kannst du zum nächsten. Gehen die nicht drunter hinter dir irgendwie? Doch, die gehen wieder runter. Jetzt brauch ich das dritte. Ja, ja, ich bin da. Und bleib da jetzt stehen. Nicht wie eben. Nein, was machst du da? Ich hab gar nichts gemacht. Wie, gar nichts? Du musst aufs dritte gehen. Du musst aufs dritte gehen, glaub ich. Na, ich war doch auf dem dritten. Ich glaube nicht. Das war so ein anderes Stück. Oder komm, ich geh nach oben und du machst hier das mit dem... Mit dem Würfel. Ich war grad dabei, diese... Diese Schalter da zu... Zu betätigen. Auf einmal geht das Ding weg. Ey. Ähm... So. Siehst du mich? Ja. So, ich bin auf der 2. Äh, ne, ich bin zwischen 1 und 2. Ich seh dich, ich beobachte dich. Okay, jetzt die 2. Geh auf das Zwischending, das geht nicht runter. So, und jetzt die 3. Ich glaub, die gehen einfach nach einer Zeit wieder runter. So, ich hab... Sind beide gedrückt? Ich hab keine Ahnung. Du kannst mal rein... Zoom mal rein. Du kannst mit dem Mausrad reinzoomen. Die sind wieder oben. Hm. Ja. Warte, ich probier's nochmal. Ich glaub, wir müssen gleichzeitig, ich kann das 2. Aber wir sollen dort gehen. Brauchen wir 3 Kisten, ey. Das wäre schon möglich, ey. Kriegen wir so viel zusammen. Schau mal. Ähm... Ich bin hier wieder ganz am Anfang. Siehst du das? Ja. Und hier sind... Zumindest mal 2 Level. Ja, das war ich da. Links war ich eben. Lass mal... Lass mal die Kiste bei der 1 liegen. Oh. Ich hab die Kiste wegge... Ballert aus Versehen. Wir haben keine Kiste. Wir haben keine Kiste mehr. Ja, hier ist es abschützig. Du wolltest abstellen, dann ist sie weggerutscht. In Abgrund. Oh, okay. Ähm, wo kann ich hoch? Warte. Wo kommst du raus? Warte. Jetzt kannst du. Ich bin da. Hallo. Okay, jetzt muss ich mal hier rüber. So. Knöpfe. So, jetzt musst du, glaub ich, die Farbe nochmal... Wo ist der Knopf für die Farbe? Wir haben noch keinen. Aber der ist da unten. Der da? Nein, der da. Der, der... Mein, hier, hier. Moment. Willst du da runter? Ja, ich geh mal kurz hin. Ich schau's mir mal an. Ja, oh, äh, nein, Kiste, bleib hier. Was machst du denn? Na. Ja, ich wollte sie nur kurz ablegen, um zu sehen, wie sie rutscht. Hm? Dann ist sie weggerutscht. Kannst du vielleicht nochmal die Farbe machen? Äh, das Ding hier ist weg. Dein Portal. Ja, ich setz gleich neu. Äh, so. Machst du mir gleich auch ein Portal, dass ich hochkomme? Äh, ich glaub, wir brauchen nach oben keins. Wir müssen einfach zum nächsten quasi. Ich lasse dich jetzt einfach mal hier liegen, ne? Okay. Wow. Wow, 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 wow. Naja. Good job. Äh, kommst du grad wieder zur Mitte? Wir gehen jetzt mal nach links. Derselbe Fehler wie bei mir. Ich hab's absichtlich gemacht. Ah, okay. Guck, da passiert nix. Ja, ich merk's gerade. Da war ich eben, nämlich. Das müssen wir danach machen. Ah, okay. Das kommt danach. Wir müssen quasi hier die Tür aufmachen, aber... Genau, das machen wir in dem Level drüben. Die Kiste rutscht, oder? Und wenn die Kiste rutscht, heißt es, die aktiviert einfach selbst nacheinander die drei Flächen. Das heißt, wir legen die ab und laufen drüber. Stimmt, aber dann... ...gehen wir da nicht kaputt. Mach mal hier ein neues. Ja, komm. Aber dann geht doch das Ding wieder runter, weil die doch weiter rutscht. Ja, ja, aber wir müssen halt schnell sein. Schnell genug sein. Okay. Ja, wir können's mal probieren. Mehr als sterben können wir nicht. Mach mal hier ein Portal, damit ich laufen kann. Äh. Ich mach's dir mal ein bisschen mittiger. Das wär's sehr freundlich. Wo muss ich ihn jetzt setzen? Ich hab irgendwie gerade... Äh, mitten dort, wo du stehst. Oder nicht mehr stehst. Ah, okay, ein bisschen... ...auf den Boden halt. Okay, nein, ich hab nix gesehen. Am besten so, dass ich nicht gegen die Wand knalle. Bist du schnell genug? Och. Ah, der kann nicht trennen, man. Jo. Jo. Jo, so. Ja, nice. So, ich bin oben. Komm mal mit. Ich glaub, dorthin müssen wir jetzt. Ja. Ja.